So, da ist das Zeug vorbei. Der Gehirnantrieb ist durch. Wir haben jetzt noch das, theoretisch noch, das Hirn fällt. Ah, na guck mal, hier haben wir doch nochmal einen Heal- und Speicher-Dude. Äh, was ist denn jetzt los? Ey, das war schon wieder. Mein E-Mail-Pass-Fahrer und alles explodiert gerade. Achso, stopp, ich wollte ja nochmal gucken, aber ich habe ja keine Dings gekriegt, ne? Also, das Spiegel dürfte ja immer noch nicht gehen. Ne. Gut. Ja, das ist doch so ein, ich werde unsichtbar Ding, ne? Warte mal, ich werde unangreifbar Ding. Das war instant ausgelöscht. Ah, warte mal, da geht's weiter. Weil das geht, stopp, warte mal, ne, von da kommen wir, ne? Ja, sind verwirrt, warte. Äh, ja, von da kommen wir, da geht's weiter. Mal kurz nochmal, ich brauche die Unsichtbarkeit. Wird mal kurz ein Stück zurück. Achso. Jetzt aber. Und tschüss. Ist die. Dahinter ist ein Umwelt-Ding. Ja, okay. Oh, Leute. Pff. Ja, dann renne ich halt drumherum, ist auch okay. Jetzt darf ich nicht meine Fähigkeiten einsetzen. Äh. Let's go. Hyperspeed, Arashi. Auf geht's. Das ist noch so ein Team, Alter. Oh, da hinten ist ja noch so ein anderes Fiona, oder? Mal ganz kurz. Hyperspeed. Wait, what? Ah, das Hyperspeed-Ding ist ausgelaufen, das ist ja ärgerlich. Das ist jetzt mal ganz, ganz schnell unsichtbar. Nein, zu spät. Ärgerlich. Ah, ist ausgelaufen wieder. Nerv. Oh, tschüss. được. Gut. Never. Dann niet. Und tschüss. Alter, das ist aber halt auch okay, wenn man halt die ganze Zeit irgendwie mit so vielen Leuten unterwegs ist, dass man halt wirklich jeden anderen mit irgendeiner Special-Ability eingreifen kann. Schon hart. Ah, sehr gut. Was haben wir da noch? Nur die beiden? Ah, drei. Na gut, das sind halt ein paar mehr, ne? Was haben wir da noch? Na gut, das sind halt ein paar Jahre. Das war's für mich. Auf geht's Und tschüss Jetzt hat die Frage, welcher davon ist der richtige? Das scheint der richtige zu sein Äh, ich brauche tatsächlich nicht gerade nur für mich ein mittleres Genie Ah 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 Fuck Oh 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 Das war's für mich. Aber Wo sind die anderen eigentlich hin? Ah, da sind sie wieder War die gerade irgendwie weg Lost, so ein bisschen Da oben nicht eine Tür Eine Teleportationstür, wenn ich das richtig sehe Ja, pack das Zählsicht, ne das wollte ich gar nicht Okay Da geht's noch ein bisschen tiefer rein Links und rechts geht's dann weiter Ja Das muss noch ein bisschen Ähm Ähm Hmmmm... aber auch kein hit feedback oder sowas ob man den richtigen hittet oder nicht ah ok das war aber der falsche ah das war der richtige äh misstviecher ich würde sagen sie haben irgendwas gespawnt ne ok will ich auch hoffen nur dass hier nix mehr spawn kraftfeld mkv 6 weg uuuh nice nice nehm mal mit um das ausrüsten kümmere ich mich aber später das ist das ist Hmph Äh, nächste Babe-Ebene, okay. Eigentlich hätte ich gerne, warte mal, statt Yui-Tou hätte ich gerne Arashi. So. Äh, äh, ach du heiliger, okay. Ähm, heißt links jetzt erstmal, weil da geht es sonst ja nicht großartig weiter. Kommt man ja da nicht, ist das ein Witz oder man kommt von hier aus doch auch da hoch. Okay. Oh Gott. Äh, einmal das und einmal... Ah, alle mittleres Chili, sehr gut. Ähm... Okay, aber hier geht es nur in diesem Bereich und auf der anderen Seite geht es dann weiter. Äh, klar, Moment. So, sorry, er hat meine Physiopraxis angerufen oder die Empfangstam von der Physiopraxis. Er hat gefragt, ob man mir schon die Termine gegeben hat. Hat man schon. So, weiter geht's. Ähm... Wir machen jetzt erstmal hier die Seite fertig. Alter Schwede. Ah, nee, das geht nicht. Kann ich nicht mitnehmen, sind nur Normalisierungstabletten. Ach, die werden immer einfach hinterher teleportiert, wenn ich zu weit weg bin. Plug-in-Parallel-Sofrogramm-V. Sehr gut, sehr, sehr gut. Komme ich da denn irgendwie drauf? Und da, aber... Wir probieren mal folgendes. Ja, gut, okay. Das wird nix. Das war ein Versuch. Äh, aber von hier aus komme ich da ja bestimmt auch noch nicht hoch. Nö. Kann ich denn da oben drüber über das Tor? Warte mal, jetzt bin ich mal gespannt. Komme ich denn hier irgendwie auch das Tor drauf? Nö, ah. Nö, man kann nicht auf das Tor drauf. Nein, nein. Jetzt keine Lust, da hochzukrudeln. Ja, aber es gibt hier auch an der Seite keinen Weg, wenn ich das richtig sehe. Nö, nö. Egal. Okay. Dann haben wir ja noch den Kram an der Seite. Das können wir nicht mitnehmen. Ach, guck mal, da vorne ist sogar noch... Echt jetzt? Ich kann auch die Kisten drauf, oder? Nicht, nicht wegkicken! Äh. Denk ich schon, dass ich von hier aus darauf muss, aber irgendwie... Ja, okay. Das hat funktioniert. Ein normales, mittleres Ginny. Oh, wieder speichern. Musik ist echt nice. So, wir brauchen... Ich kauf das einfach immer wieder gleich neu. Why not? Haha. Also, ich hab jetzt davon eins, davon drei. Davon brauche ich noch... Äh... ...zwei. Was ist denn das da hinten? Das ist ein Kran oder sowas. Das sah gerade komisch aus. Hmm. Okay. Gerade